...jahre lang habe ich gearbeitet. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin im Kopf klar, dass... Aber nehmen Sie einen Dreck, bitte mit, wir müssen nicht mehr an Klima denken, sondern auch an Klima. Ich hätte gerne, dass Sie nachdenken, dass Sie hinschauen, sehen, was Sie sehen, sich seriös belesen und dann darüber nachdenken. Reden Sie mit anderen Menschen und dann bilden Sie sich eine Meinung. Und dann werden Sie erkennen, dass wir Klimawandel haben und dass wir unbedingt Klimaschutz betreiben müssen. Unsere Regierung hat 2021 vom Bundesverfassungsgericht gesagt bekommen, das, was ihr hier beschlossen habt, ist absoluter Mist. Ihr müsst nachjustieren. Bis heute ist das nicht passiert. Ja, und deshalb sitze ich auf der Straße und mache einen solchen Wahnsinn, um euch zu erreichen, um euch zum Nachdenken zu bringen.